Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield. Ich würde aber gerne so ein Polizero geben, wenn wir mal vor die Kale Sirene hier haben wir gar nichts. Doch. Na, nein, hast du nichts. Vielleicht können die nicht fahren, die Idioten. Hier fahrt zu C. Ja, er ist... So muss das. Ach ja, ich empfehle dir, nehmt den... Den nicht, den Tanklaster, der ist scheiße. Jetzt gib doch mal Gas, Mensch! Weil er kam bloß ein Idi am Sack, ne? Ja, fahrt doch einfach! Hast du nicht geplant? Jetzt bin ich ausgestiegen, Arschloch! Warte, ich bin nicht zurück. Ja, ich sag doch, die Idioten sind einfach nur zu OP. Ja, die Schrotze ist auch zu OP. Muss man sagen. Warte, wo ist hier die Szene? Ging doch übers Ding aus rum auf der Map, oder? Ich glaub, bei C liegt einer. Wo ist jetzt wieder mal ein Auto, was man nehmen kann? Scheiße. Kann man jetzt die Szene zerschlagen? Jawohl. Jungs, eine positive Änderung. Ich hab jetzt schon wieder mein letztes Magazin, oder was? Wir müssen uns noch eine Stinger holen, ohne Spaß. Ich will mehr Money haben! Die ich bei mir trage. Geil sehen wir auch sein, dass wir keine gescheiterten Idi-Piloten haben. Ja, komm mal auf. Und dass wir irgendwo so ein Idi herbegrüßt haben, das ist hier. Haha. Mit nem Revolver. Könnte es sein, dass man mit nem Revolver schneller nachladen tut, als mit nem normalen Schnellschussgewehr? Ja. Das ist ja irre. Ah, ich hab... Ja, aber das ist ehrlich gesagt. Ja? Ich dachte, das ist das einfacher... ...einfach so ein Magazin zu wechseln, als dann die Patronen dort hinein zu fummeln. Das war jetzt mal ein Schuss in den Ofen. Ich hab ne Schau. Aha. Schön für dich. Ich will nur einen Schuss, ja. Ich will mal ein Auto haben. What the fucking hell. Ich hab grad einen Krippi-Key gemacht, dass ich mein Spiel mit in die Auflage habe. Ich hab da draufgehalten. Bist du Scheiße, an der ist jetzt gerade in der Tür, das kann mit der Verrückte sagen. Was lachst du? Das war so fucking geil. Mit der Schade auf den Tankfesten, der kann der mir für bei Hilfe draufgehalten. Ich hab mir gedacht, jolo. Die ganze Scheiße ist explodiert. Hab drei Mann mitgenommen. Komm, wir holen uns Echo. Und jetzt einfach nur in Bewegung bleiben. Das ist eigentlich übelst geil. Wir haben schon gesagt, ähm, vorhin, dass das jetzt eigentlich ja so wie ein Mittelalter-Turnier ist. Wo du dann einfach gegeneinander dann reitest und dann dich gegenseitig versuchst abzuschießen. Ich bin jetzt Level 23, okay. Ups. Wo fährst du hin? Ja, ja. Wie war das? In Bewegung bleiben? Das ist viel cooler, wenn wir das 50 mal einnehmen, als die ganze Zeit nur eingenommen lassen. Ich falle die ganze Zeit um Block, er ist voll spannend und so. Ist es nicht ausstrengend, den noch Charly holen? Ich hab auch grad überlegt. Ja, ich steck mal aus. Ja, hier die Wellpappe kann ich natürlich nie zerschlagen. Ja, scheiß Schrotze hier! Ist doch kacke. Wichspickel. Ich hab erst einen Kill. Na, ich tu mal wieder bei dir, Spawn. Ich hab auch irgendwo einen Feinkontakt. Ja, jetzt bleib ich ja, als wir euch an dem scheiß Stein hängen. Fickt euch! Ich hab's ja alle weggefickt. Ja, mich, ich wurde auch weggefickt, weil ich am Stein hängen geblieben bin. Wie immer. Ich hab immer so ein Schwein. Warte, jetzt mal. Was eigentlich auch kurz zerstört. Bringt uns aber für den Moment nix. Sehr schön, jetzt haben wir uns gegenseitig gekillt. Wie ich es liebe! Ich muss jetzt mal aufs Scheißhaus. Tu mal dann nach der Runde mal aufhören. Ich muss erst... Ich hab dann eigentlich keine Lust mehr. Für den Moment. Ich muss jetzt mal aufhören. Ey, mach scheiß, nein. Ich hab keine Lust mehr. Ey, komm, wir fahren mal hier. Fahrt mal an unser' Sitz. Das ist ja unnötig, ne? Wir steigen mal hier bei B ein. Ja, ne. Warwurf schon voll. Top. Bestimmt gleich hier noch rum, hier. Kommt gleich C rum, oder? Nein, die fahren oben lang. Fuck, fuck. Ich wollte grad fragen, warum tust du denn nicht niederschießen? Messer-Mission? Ach, mach mal gar nicht mehr diese geilen Messer-Missionen hier. Messer-Mission? Was? Ah, jetzt bleibst du immer hier los. Oh, dein Affe! Guck mal, Delta können wir einnehmen. Ach nein. Das haben wir auch irgendwie Feinkontakt. Wie hier ne... Unterhutes Feinkontakt. Oh, jetzt wird's ja mal hier gejagt, ne? Fährt grad was vorbei. 54 gegeben. Das ist der Rest nicht immer. Komm, wir holen uns Delta. Was ist Delta? Wo ist Delta? Wo ist Delta? Hier über den Helikopter von uns. Okay, check. Ich bin drin. Wo bist du? Okay, dann kommen wir mal in Richtung hier. Nein, ich bin tot. Da ist ein Sniper, der wartet, dass er in das scheiß... ...in das scheiß Auto einsteigt. Und dann wird er gesnipert. Und dann haben wir ihn nicht so ganz hinbekommen. Würde ich mal sagen. So. Ich finde das auch geil, wie du dich hier aus dem Auto rauslehnst. Fahr weiter, Mensch! Bist... Warte, warte, warte. 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 Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Es ist nicht gut, weil nur wenn du... Warte, warte, warte. Weil nur wenn du mit dem Auto fährst... ...ist das Ding alles eingenommen... ...oder gilt das Ding alles eingenommen. Dann kannst du repären. Ich habe einmal das Teil in die Luft, okay? Ist in Ordnung, oder? Ich sag da jetzt mal nix. Wie gewinnt mir das, oder? Einfach zu wild, Frau Lust, Mann. Ähm, ausgeschaltet, hat sich zerstört. Jolo, schreck ich dafür. Hauptsache, ich habe mich zerstört. So. Ich bin irgendwie gewinnt, wenn das... ...alles und jedes, was nicht dumm ist, ...kampf einmal akte. Bist du tot? Ich bin drin. Na, da habe ich auch seit nur n'n Repair gedacht, ...und dann verfuckt das was. Da musst du auf F4, oder so? Ja, wir haben vorgebracht. Verfuckt n'n Heli. Verfuckt immer noch n'n Heli. Na, repair mal! Du kannst übrigens auch mit einfacherm Waffe auf den Heli schießen, ...und ja, geht auch kaputt, na? Ja, aber macht sich viel Sinn hier. Hier, hinter uns ist 10, na? Okay. Ja, der Heli, der hat uns jetzt erst mal gefressen. Hilfe, 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 Hilfe! Ich will gerade so, oder? Ich hoffe mal, jetzt haben wir den Heli abgehängt. Ich muss nicht aussteigen. Ich bin immer noch in der Kanzole. Battlefield Anfängerfehler, oder was? Ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes! Ich habe aber eine 8-6, was ist denn hier verkehrt? Wieso reißt du in die falsche Richtung? Was? T, so? Na, B ist hinter dir gespawnt, na? Oder zu D. Was gerade nämlich übrigens übernommen wurde. Ja. Na, ist schon wieder kaputt, hier. Ich komme da! Ich muss doch wieder sterben hier, ich habe keinen Bezug voll im Mund mehr. Weg du was rein! So. Sehr schick. Da haben wir jetzt wieder den Transporter. Hier oben sehen wir den ganzen Sniper, ja. Da haben wir schon wieder den Heli am Sack. AAAAAAAH! Ich kann nicht, wenn ich keine Muni habe, kann ich hier nichts machen. Ja, die Muni ist irgendwie so ein grundsätzliches Problem, das ist irgendwie scheiße. Ja, wie meinst du diese Scheiße hier, die ist in mir am Sack. Deswegen bin ich jetzt bei ihr und steig dort aus. Äh. Ups. Oh, das war die Runde schon, oder was? Oh, das haben wir verloren, wegen dir Ey, komm, eine geht noch Ich muss mal übelst hart pissen, aber Neun Server, ach nee, nicht neun Server, wir bleiben hier Außerdem ist jetzt dein nächstes Downtown, da passt das ja Okay, ciao, bis zum nächsten Mal